Wow! Was ist das denn da oben? Was soll das denn jetzt? Tanja, wer... äh... braucht Hilfe? Komm! Lass dich nicht töten! Hervorragend! Du hast es super hinbekommen! Okay, leichter Panzer... Was können wir jetzt noch bauen? Ach, halb so wild! Das Ding hält doch verdammt viel aus! Jetzt verstehe ich auch, wieso die da oben immer mit der Chronosphäre rumgeeiert haben! Ach so! Okay! Ich habe mich schon immer gewundert, was das soll! Ah, ich würde ja... Ich kann die Tanja nicht opfern! Ich kann die auch nicht bauen! Diebe kann ich bauen! Toll! Und Spion! Wow! Super! Interessiert mich das? Nicht wirklich! Also da bauen wir nochmal ein paar leichte Panzer, ne? Kann man hier genug von haben? Auch wenn die dann unglaublich schnell verrecken! Die haben auch eine sichtlich kleinere... ...Energieleiste! Aber Simon, das ist immer eigentlich ein bisschen viel für einen kleinen Panzer! Vielleicht macht es die Mischung! Wobei ich mit den kleinen Panzern gut durchrauschen kann, weil die unglaublich schnell sind! Ich glaube, ich versuche es mit kleinen Panzern! Also mit leichten Panzern! Okay, dann seht ihr auch gleich die Geheimwaffe der Alliierten, nämlich die Chronosphäre! ...Konstruktion, die jetzt wahrscheinlich meine komplette Energie rauben wird! Heilige Scheiße! Oh ja! Ich würde jetzt gerade jetzt angegriffen werden! Natürlich sehr lustig, klar! Wird ja passen! Ach ja! Aber ich mag das Design von dem Ding! Keine Ahnung! Ich weiß auch nicht, wieso! Ist das unten jetzt hier alles weg, oder was? Das ist doch noch was! Hör mal! Achso, okay, du bist ja... ...Energieleisteinbeauftragte! Und der Stützpunkt wird angegriffen, pata-pata! Aber hier habe ich auch eigentlich genug Platz, mich auszubereiten! Das ist schon ziemlich praktisch! Immer schön weiterbauen, bevor der irgendwie sagt... ...Wir brauchen Silus! Oh, du hast keine! Warum bist du so selbstverständlich und willst da ernten, wo wir dich noch nicht erforscht haben? Hilfe! Äh, wir brauchen hier mal ein bisschen, äh, Tanja-Unterstützung! Einheit bereitet! Und ein bisschen Artillerie wäre auch nicht schlecht, eigentlich! Zieh dich zurück, zieh dich zurück! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Alter! Das war eine knappe Geschichte! Kann man so sagen! Verflucht, ey! Okay, gut! Ähm, leichter Panzer! Das Problem ist, wenn ich eine zweite Waffenfabrik baue, baue ich zu schnell! Dann baue ich schneller, als ich Geld bekomme! Ähm... Konstruktion abgelöst! Okay, sind noch alle da, das ist gut! Ich habe gerade nur mal ein bisschen Ausschau gehalten nach meinen, ähm... Erntemaschinen! Wäre sehr ärgerlich, wenn da was kaputt gehen würde! Bauen wir noch eine? Wir bauen noch eine, klar habe ich so nicht! Wobei ich jetzt gerade noch nicht sicher bin, wo... ...was ich damit überhaupt will! Bin ich ehrlich! Wir brauchen Silos! Oh, es ist los! Ich baue doch schon... ...die bekloppt! Moment, 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 Moment! Zurück, 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 zurück! Du erntest erstmal schön da oben, okay? Dann brauchen wir jetzt wieder ein paar fette Panzer! Okay! Verteidigung! Komm, mach die... Mach das mit den V2-Wäfer kaputt! Der geht so schön schnell kaputt! Ja, ich glaube, die kleinen Panzer sind auch mindestens genauso stark geliehen! Oh, 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 oh! Das Problem ist, ähm... ...dass die... Was ist denn überhaupt das Problem? Kann ich jetzt so gar nicht, äh, sagen! Na, das Problem ist, dass die... ...klein... ...dass die Jeeps genau gegen Flammen auch ziemlich anfällig sind! Wenn ich jetzt von unten komme, dann dürft ihr die eigentlich hinbekommen! Boah, was soll ich sagen! Das reicht jetzt aber auch mit Energie! Lasst ihr den in Ruhe? Das fände ich sehr schön! Gut, okay! Wir sind jetzt gebraucht! Ja, okay! Superman-Satellit ist schon mal offen! So, was heißt offen? Der ist weg! Vielleicht sollte ich einfach noch einen zweiten Tammo-Gebäude schon machen! Das ist schon mal sehr gut! Uh, Konstruktion! Du, ne, du Arsch! Okay! Nein! Wie ich das tun jetzt hier, finde ich nicht gut! Nichts gut! Kronos, äh, eisernter Vorhang! Lädt auf! Klar! Nicht angreifen! Nicht angreifen! Nicht angreifen! Ja, aber man greift doch alles! Das interessiert mich jetzt auch nicht mehr! Schmeine! Okay! Leichter Panzer! Silusbau! Noch nicht, ne? Wir brauchen Silus! Ja, ich bin doch schon dabei! Immer mit der Ruhe! Immer mit der Ruhe! Ja, gebannt! Konstruktion! Ja, weil wenn ich Geld brauche, das ist noch diese schöne Kirche da, ne? Wie ihr vielleicht schon gesehen habt? Mach, 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 mach! Ich hab das nur überfragt! Du hast schon mal einen guten Anfang gemacht, genau! Ich hab das mal ab, ne? Ich hab hier den Alliierten-Stand! Einsatz bespeichert! Das Interface! Ich hab das mal ab, ne? 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 Ein geschütztes Turm! Ein geschütztes Turm! BMT ist fertig, okay! Kampfpanzer! Tania! Ich weiß nicht, was ich mir grad dabei denke! Was ich hier grad überhaupt tue! Du erntest immer noch die Edelsteine, das ist sehr schön, das freut mich! Ah, 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 ah! Ich stell dich mal ein bisschen nach unten! Wir kommen mal nach da hin! Von da wäre ich hauptsächlich angegriffen! Und die Tania? Wo ist die Tania? Abgeschlossen? Bist du tot, Tania? Ne, oder? Wo ist die Tania hin? Die ist nicht tot, oder? Wann ist die gestorben? Ich hab das nicht mitbekommen! Jawohl, jawohl! Fuck! Scheiße! Mann! So ein Mist! Warum ist sie denn tot? Ich... Oder hab ich die irgendwie total verschlampt irgendwie? Ja, die Tania verschlampt! Hahaha! Bei Gruppe 1 ist nicht mehr belegt! Ach, die ist schon drin! Ich bin so geil, ne? Ich bin echt so geil! Wow! Wird gebaut! So, okay! Gut, dann speichere ich hier jetzt nochmal ab! Ich forst! Das Blöde bei der Chronosphäre ist, man kann immer nur eine Einheit transferieren! Und ich glaub das Sinnvollste ist mit dem BMT und Invasion oder so! Ziel wählen! So! Jetzt passt up! Da oben ist der Tesla-Spul, das ist die Scheiße! Und da ist ein Hund! Oh mein Gott! Wo ist das denn am sinnvollsten? Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Energie so großartig nachbauen würden, ne? Wo habt ihr denn hier eure Raffinerie? Ich finde sie nicht! Haben die nur eine Raffinerie? Kann ich mir eigentlich vorstellen! Oh mein Gott! Wenn ich da hinsetze, wird sie tot! Ja Sir! Bestätigt! Okay! Fuck! Bestätigt! Bestätigt! Aber die Person da drin ist gestorben! Scheiße! Dann funktioniert das doch nicht so viel ich mehr gehofft hab! Scheiße! Dann hab ich überhaupt gar keinen Nutzen mit der Kacke! Was das Problem ist, kann ich auch grad mal demonstrieren, ne? Ich brauche mal einen Schützen! Ich brauche da nicht neu zu laden! Ich werde hier sowieso nochmal neu laden müssen! Schütze! Okay! Den kann ich gar nicht! Weil bei der Plastischen Version ist der nämlich immer verbrannt! Was bringt mir denn die scheiß Chronosphäre? Ich habe keine tollen Einheiten, ich damit irgendwie... Ne? Könnte... Ja, greif ruhig die Erdmaschine an! Das ist vollkommen in Ordnung! Ich habe so einen Arsch voll Geld, ne? Heliports! Ja, aber Heliports kann ich hier oben zum Beispiel schon mal... Das ist gar nicht mal so schlecht! Dann habe ich hier oben den Weg frei! Weil beim letzten Mal wollte ich erst diese Basis hier... ...vernichten! Nur wollte man es schädigen! Oh mein Gott! Du greifst schön den an! Du greifst auch den an, bitte! Nein! Das ist jetzt... Aber da ist ein schöner Vorhut, ne? Der will unbedingt meine Energie kaputt machen! Wahrscheinlich wegen der Chronosphäre, denke ich mal! Also was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen! Ich bräuchte auch mal ein bisschen Platz, bitte! Ah so, genau! Ah, ich könnte... Ja, da kann ich noch einen hinsetzen! Und wo kann ich den hier hinsetzen? Neue Bauoption! Was denn wohl? Hm, vielleicht Helikopter! In den Mixer! Warum wartet ihr doch, worauf wartet ihr denn unten? Ach, der MiG-Bomber, der wird... ...wahrscheinlich bevor er überhaupt Schaden zufügen kann... ...vernichtet werden! Jetzt greift er... Das ist doch doof! Das ist doch doof! Ich könnte hier ja häufig eine Flagge hinsetzen, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich dann, ähm... ...ein anderes Ziel aussuchen! Das will ich ja eigentlich auch nicht, ne? Es ist doch schon okay, dass ich das haben wollte! Ja, Sir! In Ordnung! Und die Luftfluggriffe waren auch bei Weitem nicht so angenehm wie hier jetzt! Die werden noch schlimmer werden! Ich habe ja nur gesagt, dass wir in Ordnung... Aber ist ja egal! So... Ihr seid zu langsam... ...für meinen Geschmack, bin ich ehrlich! Okay... Das habt ihr sehr schön gemacht, ich bin stolz auf euch! Und du musst jetzt mal da oben was weg ernten! Wird geerntet! In Ordnung! Wo kommst du denn da oben schon wieder her, du Arsch? Sag mal... Ich brauche mehr Panzer! Mehr Panzer! Heißt mehr Panzer! Warum ignoriert ihr denn meinen Befehl? Also, weil ich so gesagt habe, die ich jetzt nicht verstanden habe! Warum haben die jetzt nicht alle angegriffen? Obwohl ich dem eindeutig gesagt habe, greif an, du Pinner! Pinner! Okay... Genau! Ernte das weg! Willst du das bitte? Geh mal schön weiter produzieren! Also, geldtechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus bisher! Moment! Da ist doch so ein kleines Fitzelchen an Erz! Das will ich auch nicht haben! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Abgekehrt! Haha! Richtig! Genau! Oh, ich habe da was verloren! Ja, die Angriffe werden schon ein bisschen, äh, umfangreicher, wie man sieht, ne? Das ist ein Stützpunkt! Komm, geh kaputt! Nein, nicht, nicht Turm kaputt gehen! Komm, geh... Naja, dieser Mautpass, dass der Bewegung ist, das geht mir voll auf den Sack! Weil da treffe ich ihn nicht so... Ja, ja, ja! Dann kannst du kauen, weh! Oh! Tanja! Ja! Oh, mach ich hier kaputt! Anderes kriege ich da so hin, ne? Find ich gut, das geht mal! Die hat doch sowas zu gebrauchen! Ihr Affen! In Ordnung! Okay, Türme werden gleich nachgebaut, auf jeden Fall! Ja, Sir! Bestätigt! Die halten immer schön auf! Aber wenn ich vor zwei Läufer komme, dann kriege ich das leider nicht so mit! Konstruktion abgeschlossen! So... Dankeschön! Boah, zum Glück ist er in der Zeit nichts nachgewachsen, ey! Das wird ziemlich nervig! Wird gebaut! Jawohl! Äh, Raxios! Hallo? Lebt ihr noch? Ja, Sir! In Ordnung! Wird gebaut! Wird gebaut! Ah, so, okay! Äh, setzen wir dich da oben hin! Sieht das ja fast geordnet aus! Bin überrascht! Wird gebaut! Wo, noch ein Raxiro? Hup! Jetzt legt das wieder so mal so zwischendurch, wenn's grad Bock hat! Okay, Listerflockhart! Okay... Hm, an sich überlege ich schon fast... Ja, Sir! Bestätigt! Wegen der zweiten Waffenfabrik! Was schon nicht sinnlos wäre! Ja, Sir! Komm, wir holen uns noch mal ein bisschen Geld erst mal! Wird gebaut! Ich hab gesagt, wir holen uns ein bisschen Geld! Das heißt, du solltest kaputt waren! Ah! Oh mein Gott! Ich hab ihn da jetzt gefressen auf einmal! Konstruktion abgeschlossen! Muss ich mal in ne Gruppe tun irgendwie, ey! Okay, komm! Versucht sie zu treffen, bevor sie euch treffen! Das ist immer ein guter Anfang! Wir müssen während der Smyter produzieren! Das ist auch immer so ne Sache! Das Multitasking, das hab ich nicht! Ja, ich hab den Hund ein bisschen weggezogen! In Ordnung! Bestätigt! Komm, Stirb! Dankeschön! Jetzt mach den Hund fixerfällen her! In Ordnung! In Ordnung! Bestätigt! In Ordnung! Nicht Tanja umbringen! Nicht Tanja umbringen! Lauf Tanja! Okay! Komm mal hier wieder zu deinen Freunden nach. In Ordnung! Okay, komm Bring sie einfach rum Überfahrt sie einfach Das ist das einfachste Dankeschön Jetzt kommt da schon wieder So ein Arsch angerannt, ey Oder angefahren, besser gesagt Verlobt Es ist nur zwei So Ihr greift alle den mal schön an Ich hab's schon wieder nicht produziert Ach, Dennis, ey Und da kommt schon wieder Der nächste Mammutpanzer Der gleich wieder schön Eine Chronosphäre Fressen wird Äh, Chronosphäre sag ich schon Dass sie ihn einfach nicht angreifen Das wird nicht so geil Echt Also nicht Vorhang Meint ich eigentlich Und das meinte ich Ich werd dann jetzt die ganze Zeit Guck mal, da kommt schon wieder Luftwaffe Nö, ist doch nicht toll Das Schöne ist ja Dass ich das Ziel mittlerweile kenne Was die sich ausgesucht haben Das doof ist halt nur Dass die sich das Ziel ausgesucht haben Das ergab keinen Sinn Was ich jetzt gesagt hab Ich weiß, aber Boah Das könnt ihr knicken, ihr Schweine Einheit verloren Ach Oder Ich weiß, es gibt noch Ach ja Einheit verloren Einheit verloren Ey, die fallen mich Die fliegen, meine Einheiten Das ist schlimm Macht keinen Scheiß Und geht nicht in den Bereich Der verkackten Tesla-Spule Einheit bereit In dieser Gruppe 3 Und macht die Tesla-Spule fertig Okay Du lass dich mal heilen Heilen Hervorragend Das habt ihr sehr gut gemacht Ich bin so stolz auf euch Wird gebraucht Hatte Lari wäre glaube ich auch nicht mal schlecht Habe ich noch drei Sammler Oder nur zwei Ich glaube ich habe nur zwei Bye Bis zum nächsten Mal